Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Stunde Null hat geschlagen. Die Aufholjagd startet jetzt. Wir zusammen jetzt. Und geiler Save von Kevin Troll. 16 Spiele für unser gemeinsames Ziel. Im Osten haben wir noch jede Mauer überwunden. Das drückende meiner Kenntnis ist das sofort. So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Am Mittwoch braucht ihr euch alle. Wir sind bereit. Seid ihr es auch? Die gelbe Wand. Wahnsinn! Wir zusammen jetzt für den Verein, für die Stadt, für den Klassenheim. Los jetzt. ils Radiate. Das war's für heute.